Die Animagic 2022, mann war das ein wildes, spannendes und aufregendes Wochenende. Nicht nur, dass sie endlich wieder standfand nach so langer Zeit, auch dass es für mich persönlich meine erste Convention war. Und in diesem Video werde ich euch viele meiner Eindrücke und Erlebnisse präsentieren, vergisst aber davor nicht ein Abo und ein Like für weitere Videos da zu lassen und damit beginnen wir mit meinem Fazit zur Animagic 2022. Am Freitag waren wir echt früh da und obwohl ich noch nie davor auf einer Convention war oder mich mit Vlogs auskenne, habe ich einfach mein Handy gezückt und beginne zu filmen. Ich hatte einfach mit allen Leuten dort so viel Spaß, generell die Atmosphäre, es fühlte sich so verbunden an. Im Grunde genommen, alle Leute dort wie ich haben dieselbe Leidenschaft und wir teilen sie auch alle und das spürt man einfach an jeder Stelle. Man konnte sich so viel mit anderen über bestimmte Werkhaus tauschen oder Insiderwitze bringen. Ich kann es nicht anders als magisch bezeichnen. Dazu kommt auch noch, wie viele andere Creator ich getroffen habe, wo ich vor zwei Jahren dachte, es wäre nie möglich. Es war viel Freude da, wir haben viel guten Smalltalk geführt und es war einfach nur viel zu schön. Dazu noch alle Cosplay, die ich getroffen habe, bin ich echt dankbar, denn es war echt eine schöne Zeit mit euch und wir haben vieles Cooles gedreht, gesprochen und einfach nur den Spaß unseres Lebens gehabt. Geschoppt wurde nicht viel, da ich unter anderem viel Geld nur für die Tickets bezahlt habe, also meine ganze Seele. Und mit dem bisschen Geld, was ich noch dabei hatte, habe ich mir Berserk Band 41 geholt, einfach weil es Berserk ist. Eigentlich sollte es das dann gewesen sein, weil ich echt broke war, aber der liebe Yotaku Senpai hat mir einfach Berserk, Max Band 7 und Boruto Band 13 gegönnt. Was echt ehrenhaft ist von seiner Stelle aus. Und dann hat mir noch mein Onkel aka der Kameramann bei den anderen Videos noch die Bellbox gegönnt, welche mein größter Schatz von diesem ganzen Haul war. Zum Schluss will ich alle Events aufzählen, wo ich war. Weil es mich interessiert hat, war ich auf einem J-Pop Konzert von der Sängerin Asuka und obwohl ich nie davor was mit dem Genre oder der Sängerin am Hut hatte, hat mich das Konzert und die Künstlerin echt überzeugt. Es war eine sehr positive Überraschung und gleichzeitig auch mein erstes Konzert. JJK Zero wollte ich mir auch noch unbedingt anschauen, da ich es nur im Urton im Kino gesehen habe und ihn nochmal mit deutscher Synchro ansehen wollte. Und ja, was kann man sagen, JJK enttäuscht einfach nie. Ein weiterer Film, wovon ich nichts wusste, aber ihn jeder gelobt hat, war Bell. Und er hat meine Erwartungen echt übertroffen. Ich habe sogar das Bedürfnis, darüber ein ausführliches Video zu machen. Also, wenn ihr eins wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Auch Demon Slayer habe ich mir angeschaut, was echt geil war. Vor allem Folgen in Kinoform zu sehen, das war einfach nur episch. Und ein genereller guter Abschluss für die Animagic. Mein Fazit ist, dass diese ganze Reise bis nach Deutschland sich echt gelohnt hat und nicht so viel von der Animagic versprochen wurde. In jeder Hinsicht hat es einfach großen Spaß gemacht. Und auch wenn das Gehen anstrengend war, konnte man sich nach einer Zeit dran gewöhnen. Vor allem diese zwei Damen fühlen definitiv mit. Was ich die ganze Zeit mitmachen musste und einfach die Schuhe auszuziehen, das war nur magisch. Ich hatte nichts als die ganze Zeit nur Neugier und ein Lächeln im Gesicht bei allen Tagen. Auch wenn ich am Sonntag nur ganz kurz da war, muss ich sagen, dass die Animagic wirklich schön war und voller ereignisreicher Erlebnisse. Und ich auch nächstes Jahr 100%ig am Start sein werde. Und wie sieht es bei euch aus? Wie fandet ihr die Animagic? Schreibt mir gerne eure Eindrücke unten in die Kommentare. Und auch großes Dankeschön an Taiko für das Bildmaterial im Hintergrund. Checkt auch gerne die Videos rechts und links ab zu meinen anderen Animagic Videos. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Euer MG.